hallo freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ja heute wird mir jetzt mal keinem pc thema sondern mal irgendwie ja man könnte sagen ein bisschen der körperpflegekultur und zwar ja ihr kennt ja vielleicht zum beispiel alle diese gerätschaften hier oder halt auch so was hier zum beispiel das ist meine bisherigen rasierer und ja das ist ein zehn euro dingen hiervon ja von gilett was damals halt bei diesem klingen ding hier mit der war so ganzes paket irgendwie somit klingen und hier so verschiedenen aufsätzen sowas aber da ich nass rasuren eigentlich gar nicht so gut vertrage habe ich das meiste wirklich nur hier mitgemacht aber das ist halt wirklich verweitern nicht so gut hier man kriegt hat auch schon kaum ab hier ja und mit dem ding sollte man wirklich ja konturen vom bad vernünftig machen und sowas also es hat wirklich seine grenzen das ding deswegen habe ich mir jetzt was ganz anderes geholt das kommt direkt mal weg hier und zwar den neuen philips one blade pro ja ich dachte mal das ist mal wirklich innovativ ist weil das sieht für mich wirklich sehr vernünftig aus die haben ja so eine ganz spezielle patentierte ja one blade klinge und das ist sowieso ganz spezielles von philips und ich dachte mir dass wir uns das mal gemeinsam anschauen und vielleicht werde ich sie auch mal an meinem bad direkt mal testen ich weiß nicht wie ich das filmtechnisch hinkriege ja schon mal einfach mal so das ist jetzt soweit zu der verpackung das ist halt diese pro version von dem one blade mit so einem spezialaufsatz hier da kann man dann in verschiedenen millimeter stärken dann hier hier sieht man sich ein bisschen besser dann noch alles einstellen je nachdem halt wie lange euren bad halt stehen haben wollt so auf die garantieren uns bis zu einer schonen akkulaufzeit bei geladenem akku ja dann schauen wir doch mal rein hier ob ich das hier irgendwie aufkriege erstmal zur verpackung ist eigentlich relativ schön gestaltet man kann überall schön offen reinschauen hier vorne man sieht also auch den ganzen apparat direkt hier so wie er aussehen könnte wenn man ihn wirklich in der hand hält sieht auf jeden fall schön ergonomisch aus aber das sehen wir dann erst gleich beim richtigen auspacken jetzt guck mal eben wo hier eine möglichkeit ist da vielleicht mal ein messer anzusetzen dann soll das in der weitergehen ach so da kann man das hier so rausziehen verstehe jetzt haben wir schon den ersten inhalt quasi einmal okay wir sind schon am netzteil wir sind schon ein bisschen weiter freunde einmal das netzteil von dem proglide hier sind die beschreibungen also man kann sich natürlich auch ein bisschen ultra dumm anstellen so schaut das ganze von der seite aus aber hier kommen wir doch schon der sache langsam ein bisschen näher sind wir den aufkleber hier noch mal abfummeln dann kann man den hier abziehen und da muss man eigentlich auch das ding dann hier auch abkriegen und da sind wir dann direkt damit auch schon hier beim guten stück so sieht man glaube ich die klinge ein wenig mal ich bin ich mal eben wie nahe ich jetzt hier in kamerankern schauen ganz kurz da sieht man zwar so ein bisschen das sieht schon wirklich speziell aus ja finde ich aber ultra glatt an also das ist schon wirklich nicht so schlecht das ist seit diese besondere klinge von dem gerät immer wieder zurück der fokus punkt so das kommt auch weg hier ist das hier gesichert da muss man wirklich studiert haben und das hier finde ich auch nicht so ganz einfach das kriegen wir so hier raus und dann haben wir das gute stück auch schon hier in der hand das ding ist also das war ja dieser plastikkappe einfach so drauf gesteckt das kann man immer dann so ab also hier haben dann aber ja da kommt er dann so raus ist interessant so dass also dann aber das teil ja das ist dann der und blade von philips liegt eigentlich nicht sehr gut in der hand also jetzt bin ich wirklich gerade auch ein bisschen erstaunt hier ist noch so ein aufkleber den machen wir erstmal hier ab jetzt weiß natürlich nicht ob der akku schon in einer gewissen art und weise vorgeladen ist aber er zeigt uns schon an hier unten rot also werden wir ihn wahrscheinlich erst mal aufladen müssen sich jetzt auch noch ein kunststoff aufkleber hier dran machen wir auch mal weg hier so von der griffigkeit her ist es auf jeden fall kunststoff jetzt keine spürbare gummierung großartig aber man sich das jetzt so vorstellt ich habe die klinge ja bewegt sich sogar auch ein bisschen also ist auch flexibel sehr interessant ja dann müssen wir erst mal anfangen zu laden freunde dann gucken wir hier einmal so ich liebe so was sind ja auch ziemlich weg damit so das ist der stecker also hier sieht man es wirklich ein bisschen ich halte mir ein bisschen mehr in die kamera so schaute stecker dann aus also immer wieder was spezielles was man nicht mal ebenso nachkaufen kann ist ja ganz klar so da kommt dann hier unten rein und dann wird das ganze mal aufgeladen würde ich sagen vorne ja ich lade ihn jetzt mal auf und wir sehen uns dann gleich mit einem vollen akku freunde bis gleich so und da sind wir auch nun zurück mit einer vollen akkuladung und einer testperson das ist nichts anderes als meine wenigkeit ihr seht auch schon wie schlucke jetzt jetzt wird es ernst freunde denn wir setzen rasierer jetzt an ich zeige mir doch mal ganz kurz es ist also auch wirklich der one blade hier so und das wollen wir mal schauen wie sauber und sanft der wirklich die badhaare abschneidet also wollen wir hier vorsichtig ansetzen und ihr seht es schon direkt das ist nicht funktioniert wenn ihr mit dem strich rasiert sondern ihr müsst wirklich natürlich gegen den strich machen was natürlich eigentlich logisch ist aber verzeiht mir weil ich habe mich halt ja im kameradisplay rasiert und das ist nun wirklich eine herausforderung also das ist nun schon wirklich nicht ganz so einfach deswegen sind die konturen auch gleich nicht so ganz sauber aber ihr seht hier dass er fast mit einem strich quasi alles jedes einzelne badhaar packt und das ist wirklich ein ergebnis denke ich das kann sich sehen lassen hier kann man schön auch nur mit die konturen so ein bisschen nachziehen und also das was wofür gedacht ist macht er wirklich prima und geräusche ja ist nur normale rasierer lautstärke also jetzt nicht zu laut aber man hört ihn halt wirklich schon ganz deutlich und ihr seht hier wirklich es ist wirklich ja fast all glatt und da ich eben danach so nicht so gut vertrage ist der one blade für mich definitiv ja jeden cent wert gewesen weil das wirklich absolut sauber macht und halt ich hatte wirklich auch hinterher keine hautirritation großartig wie halt bei der masker so wäre ja auch wenn man etwas rabiater zugange ist es ist wirklich super ja also wie gesagt ich habe sind dann noch ein bisschen korrigiert weil in diesem kleinen kameradisplay kann man sich einfach nicht vernünftig rasieren von ihr könnt euch ja wohl denken sicher mal noch ein bisschen konturen nachziehen und genau für sowas ist der one blade auch wirklich wie gemacht und von ihr wollt es nicht glauben aber rasieren kann damit wirklich spaß machen so jetzt wollen wir doch noch mal zum vergleich sehen wie sich mein alter gillette bad trimmer ja im direkt vergleich schlägt wie er die rasur hinterlässt bzw die bad stoppeln also wollen wir ansetzen deswegen haben extra die andere seite noch freigelassen und wir schauen mal ja man sieht halt jetzt schon recht deutlich dass er deutlich schwierigkeiten hat die barthaare so zu packen wie der one blade wenn man zwar wirklich lange daran arbeitet schafft er zwar auch die haare natürlich einzeln zu packen ganz klar ich meine man darf es natürlich auch nicht den preisunterschied außer acht lassen das ist natürlich ist hier ein rasierer der der war wohl so einen kompletten gillette set dabei halt wie gesagt mit rasierklingen und so was alles also natürlich ist das ein etwas günstigeres gerät und er hat ja bisher das mehr gereicht aber ihr seht hier schon so viel direkt dass meine haut sich hier deutlich errötet im gegensatz zum one blade weil er da einfach doch schon ja ein bisschen härter ist und ich vielleicht auch sogar ein bisschen mehr druck ausüben muss damit er wirklich die einzelnen haare auch noch packen kann aber man sieht wenn man jetzt lange genug daran arbeitet schafft er zwar auch aber eben bei weitem nicht so glatt wie der one blade sollte man sich das video am besten morgens schön zum frühstück bei seinem knuspermüsli reinziehen da man sieht da wirklich wie ja wie sich meine haut hier errötet im gegensatz zum one blade und man merkt auch wirklich den unterschied und hier seht ihr es auch mal dass die andere seite deutlich glatter ist und auch weniger hautirritationen zu sehen waren so und dann darf der one blade jetzt hier auch noch mal auf der anderen seite seinen dienst vollrichten indem er jetzt wirklich noch mal auch die letzten millimeter der bratsstoppeln einfach jetzt schön wegschleift im wahrsten Sinne des wortes ja wie man schon am geräusch hören kann packt er wirklich auch noch die allerfeinsten herrchen aber sieht da unten leider dass ich mich einmal kurz geschnitten habe an den gerät ich weiß weiß ich nicht ob das jetzt der one blade war oder der andere ich habe es jetzt nicht unbedingt gemerkt während der rasur aber das finde ich jetzt auch jetzt kein schlimmes kriterium oder was dann ja das ist ja noch mal wie gut man jetzt wirklich auch diese kontur nachschneiden kann aber ihr dürft nicht vergessen es war alles im kamera display und ich konnte natürlich hinterher im spiegel deutlich glatter nachziehen noch mal der freunde und neben der one blade klinge ist natürlich auch noch dieser aufsatz hier mit dabei womit ihr dann auch ein bad in verschiedene millimeter stärken einfach auch noch ein bisschen trimmen könnt ihr könnt ja in diesem rad drehen und dann habt ihr millimeter zahlen von 0,5 bis 9 mm und ihr seht ihr ihr dreht hier und oben wird diese führungsschiene einfach raus oder zurück geschoben so dass es das bad in der gewünschte länge stutzen kann ja wer ist das für eine sexy machine ich meine natürlich dem one blade so dann wollen wir mal sehen ja wie er hier noch packt ja was wirklich sehr gut ist er packt wirklich bis in den letzten millimeter und er ist sehr gut mit diesem aufsatz auch über die haut zu führen was mich besonders positiv überrascht hat und man kommt wirklich auch bequem bis oben fast ins nasenloch rein wenn ihr wisst was ich meine wenn ihr mit einem fertig seid könnt ihr das gerät super reinigen indem es einfach unter einem wasserstrahl haltet ihr seht hier sind die bad trümmer des todes aber ihr müsst einfach nur wirklich wasser an machen und den one blade nur mal eben kurz ein bisschen drunter halten ein bisschen abtropfen lassen ja und ihr seht er ist wie neu ja und was gibt es für mich noch weiter zu sagen also von meiner seite aus absolute kaufe empfehlung für diese man bleibt es lohnt sich wirklich deutlich gerade für leute die so wie ich probleme haben mit nass rasuren und der haut irritation ist dieser one will wirklich eine wahre genugtuung ja falls ihr interesse wecken konnte an dem one blade könnt ihr unten in dem link auch mal nachschauen denn philips garantiert euch eine 30 tage geld zurück garantie damit hier auch mal ja an eurer zarten haut testen könnt danke dass ihr bei diesem video dabei wart bis zum ende und ihr euch jetzt ein bisschen appetit für mittagessen geholt habt bis zum nächsten mal haut rein haut rein bis zum nächsten mal